hallo und herzlich willkommen liebe abendfeuerfreunde zurück bei einer weiteren folge portal nights zusammen mit lillampi das bin ich hallo ja der wahrscheinlich seinen helm bei mir zu hause in der truhe vergessen hat das kann durchaus sein dafür habe ich aber den werkarbeiterhelm auf das ist der perfekte ersatz weil wenn ich dann in die ego perspektive mal gehe weil wieder eng ist dann sieht man das licht das ist der shit ja wir sind auf junker höhe und haben die aufgabe kommt den schattenkristall zu verstören die wendt läuft und ich glaube warte mal ist denn hier wie findest du denn das findest du bleibend ich hab ein astralherz gefunden das lach ja einfach so im wach ich habe meine axt dabei ja warte dann lass uns einen nach einer anderen pullen dann pulle ich als erstes den hier vorne rechts oh mein gott level 1 direkt weg gesmasht so aber ich glaube die anderen sind nicht so hallo hallo Level 17 ok hau ich einfach drei mal ja aber jetzt müssen auch fangen man kann nicht ein stets aktiviert die machen ganz schön blöde dommage aktiviert ich glaube ich habe es jetzt inzwischen erlebt die machen ganz doll Aua-Bowoo ähm ich zieh sie mal ein bisschen auseinander ich renne hier einfach dreimal im Kreis warte mal, irgendwo hängt einer fest ich halt die anderen einfach fern von dir jo, ich bin tot oh aber du hast ihn eben niedergeknüppelt ne, nicht niedergeknüppelt, der steckt unten fest warte mal, ich habe eine Idee das habe ich schon mal gemacht Aua Aua jetzt bin ich auch down auch down dann kann ich ja gleich mal hier ins Menü gehen und mir ein paar regezwirbeln ich habe nämlich extra Zeich eingepackt du, 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 du ne, der kommt nicht komm her mal meine Idee ist meine Idee ist pass auf jetzt pass auf jetzt meine Idee wenn ich eine Idee habe dann kann das mal schief gehen ich mache jetzt da hinten in der Ecke mache ich ein tiefes Loch okay und dann pulle ich die zu dem tiefen Loch und dann fallen die alle herein und dann stehen sie da wie Max in der Sonne verstehst du? okay, gut, okay und dann können wir die aber nicht hauen weil wir über denen sind das ist mir relativ wurschtig gerade ach so, ich weiß was du vor ah, du willst einfach nur dass sie dort weg sind ja, da steht nur finden und verstöre den Schattenkristall da steht nicht finden und verstöre den Schattenkristall und töte 500 Schattenkrieger oder du liest wieso ist denn da eigentlich bloß eine Schale an und die anderen aus? äh okay, da unten scheint ein Dungeon zu sein oh zufällig rein zufällig naja, ich habe ein bisschen tiefer gegraben das war ein bisschen zu tief gegraben ich mache mir jetzt hier eine Tür dann mache ich die Ecke weg da muss ich nur was einfallen lassen als Bogenschütze ist es einfach brauchst du dir ein Türmchen und äh mhm wobei die mit ihren Fernangriffen die können ich dann auch richtig hart ja so, oder? ich iller derweilen schon mal von oben rein oh hallo ich habe nichts zum buddeln mit das blöd jetzt könnte ich jetzt mal mich durchgraben und dann die anderen auch noch pullen die da drin hocken das sind noch zwei komm du sack blitzbubi ist drin rein hier mit dir äh ich bin gleich tot okay äh planänderung er wollte nicht rein ich bin wahrscheinlich noch zu hoch äh quatsch noch nicht weit genug hinter der hinter dem Loch oh der läuft nicht rein ja jetzt läuft sie mir hinterher jetzt ist er schon wieder fort oder? wo ist er denn? ne unter mir haha daneben okay okay ach da da war die unten ist er gemeinsam sind wir stark ja mann jawohl ich habe noch ein viertelherz äh ich zweieinhalb oh der schwache heiltrank der macht ja richtig viel so anderthalb herzen der wollte nicht da reinlaufen der sack ich kann mal so tun wenn ich runter springe ach so warte mal mir fällt gerade was ein du hast gesagt ich soll mir das viel ändern du und alle Spieler in 5 Meter Umkreis teilen dir 15% mehr Schaden aus aber ich habe eine Befestigung mhm ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht deswegen bekomme ich hier cool HP wenn mich keiner angreift wie viel HP hast denn du? äh quatsch wie viel Tränke hast du noch dabei? ich habe jetzt noch 3 schwache und 14 lächerliche kommt er? jo der kommt jo der ist hinten das ist ja wieder bei mir die Sau ach na wenn du da stehst warum zieh ich die Akku zu ach naja ich dachte mir ich bin clever ach so da ist das Loch ich finde das Loch hier jo hallo hier hup äh stücke muss er noch komm ran hier jetzt ist er da mach dich ins Loch mach dich runter oh ich bin da rein mit dir hab ich gesagt oh ich bin da ich bin da er ist halb tot er ist halb tot also den kann man jetzt auch direkt nieder nieder schlagen ordentlich wegknüppeln meins du äh was 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 ordentlich wegknüppeln und mein Telefon versteht ok google ah ja hightech scheiß na du assi die falsche richtung geblinzelt aber uuuu ausgewichen ich hau den falsche tasse äh au fuck nein leck mich hart am arsch nee da ist der name geboxt haha es geht beliebt das heißt was 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 die feuf der kann mit den das feuer das prallt von den wänden ab ich pralle auch gleich von den wänden ab ja jawohl jawohl so jetzt wusch geh mit die blöcke geh mit die blöcke ich brauch die blöcke ich hab nix zum abbauen dabei ich vollidiot aber ich hab mein abbaugerät nicht mit das hab ich bei dir glaub ich auch in die kiste gelegt eil solltest du so pass immer auf sollt nochmal haben damit kann ich mir noch damit kann ich mir noch richtig ein palast bauen hier mit dem ding sieht auch nicht mal so schlecht aus die blöcke ja das müsst ihr euch jetzt anklugen liebe zuschauer ich will die veredelten marmor blöcke haben ich will mir mein kronen sei bei mir ist viel weniger spannend ich kann das knicken hier mit meiner axt nicht rein Warte, ich komm gleich hoch. Au. Hast du die Dinger schon abgebaut? Ich hab dir deine Erde geklaut. Warst du noch welche? Ich hab noch welche. Nee, nee. Ich hab eine Erde. Aber da sind zwei Gegner drinnen. Die werden uns richtig hand nehmen. Hier sind zwei Gegner drinnen. Die jetzt. Wo jetzt? Aua. Genau die. Erstmal wieder runterbaut. Ja, irgendwie. Wir können uns auch von oben reinsteigen. Putz. Sie sack. Quillt er mich ja. Was veranstalten wir eigentlich gerade? Ich guck mal von oben rein. Ich hab von oben schon reingeguckt. Nee, ich mein so hier von der Seite mal. Bauen sie erst mal eine Kampfplattform. Ich mein, vielleicht springen sie ja runter. Also, ich könnte versuchen, wenn wir da richtiges Loch reinhauen. Ey, du kannst irgendwie ja weit buddeln. Ja, kann ich. Dann mach ich mal dicht. Stehen. Das Problem ist, du kannst die Stellen nicht abbauen, wo die draufstehen. Die bin nicht mal die veredelten Marmorblöcke hier. Ich könnte nur versuchen, sowas wie ein Loch zu machen. Au, die Sack. Aua. Ich kann ja mal reinspringen und die einfach mal hauen. Ich kann ja mal wieder hinkommen und ein etwas größeres Loch unten reinschlagen. Man muss ja nur den Schattenkristall zerstören. Dann versuchen. Lumpy Pumpy ist tot. Also, wenn ich noch dreimal reinrenne, dann hab ich die. Wenn du noch dreimal reinrennst, hast du sie. Okay, ich bewege mich mal kurz nicht und gaine mal noch ein bisschen Health. Ich hab aber auch nicht mehr dabei. Gehst du wieder von oben rein? Ja. Warten wir auf mich. Noch ein bisschen Health. Ey, die regeneriert. Echt, dann aber zackig, ja. Ich mach, ich mach Luffy, kein Schaden. Gut. Aber den anderen auch. Warte aber mit dem Schattenkristall auf dich. Rufen auf. Hast du die echt weggewälzt jetzt? Ja, hab ich die weggekloppt, ne? Boah, krasser Dude. Aber halt. Ich seh, ich brauch, ich brauch ne Axt. Einen dicken Haken hab ich. Währenddessen geh ich immer auf meine Attribute und sage mal noch ein bisschen Ausdauereinsatz. Ich sammle mal noch kurz ein paar Blecker, ja. Wollte auch was mit sammeln, aber... Ich kann nicht. Kann ich nicht. Bist voll, oder? Ne, ne, nicht das. Oh, ich lichte ne Lampe rum. Ja, rote Lampchen hab ich gerade abgebaut. Warte, geht los. Achso, das ist eigentlich ein Checker. Sammle für dich mal ein bisschen mit ein. Ah ja. Ich sammle das für dich mit ein. Warte mal, kann ich mir nicht ein Abbau-Gerät bauen? Ja, ich glaube, ne, einfach zacken müsste... Ne, da fehlen mir vier Steine vor. Vier Steine brauchen. Toll. Warte mal, ich guck mal, hab ich Steine? Nö. Bin ich denn? Wer? Wie bin ich denn jetzt hier durchgefallen? Ich hole mir mal schnell, ich hole mir einfach Steine. Das krieg ich auch so hin. Hol dir mal Steine, ich mach mir kurz ein bisschen Licht hier drin. So. Ich seh nämlich nichts. So. Naja, interessant. Wunder ein neues Ereignis kennengelernt. Was wahrscheinlich als Bogenschütze mal wieder einfacher ist. Die Dinger, die spawnen von alleine, oder? Welche? Die ganzen Sachen, die du abbaust. Ja. Hier haben wir was, was ich mal ein bisschen zerpelzen kann. Müll. Du hörst auch anhand des Blockgeräuschs beim Abbauen, ob du am Randstein bist oder nicht. Jupp. Es regnen Blöcke. Ja, Entschuldigung. Hast ja glücklicherweise noch Helm auf. So, ich denke mal, ich habe jetzt 111 von den Steinen. Jetzt noch ein paar mit. Ah, der Rest kann man unten abbauen. Dann lassen wir das zerlederte Ding hier oben in der Luft. So, jetzt machen wir das mal drüber. Jetzt bin ich runtergefallen. Äh, scheiß Loch. Ja, ich würde jetzt, äh, ja, eigentlich auch mal auf den Kristall hämmern wollen. Moin, moin. So, machen wir ja zu, damit der Lumpy nicht wieder ins Loch fällt. Dankeschön. Dankeschön. Juri, huu. Dein Spitzhacker. Warte, ich kloppe mit drauf. Jeder macht einen Schlag nacheinander. Was ist denn los? Ach du Scheiße, das dauert lange. Ja, weil ich aber auch nur 30 Schaden mache. Ich brauche noch 124. Ja, noch ein Astralherz. Und zack, schon ist es hell. Das ist ja cool. Wenn du den Astral scheiß kaputt machst, wird es oder zack. Nice. Aber. Jetzt willst du noch ein paar von den Blöcken mitnehmen? Ja, hat er vor. Wie gesagt, dann brauche ich nämlich nicht auf meinen Marmor warten, sondern man kann direkt hier die veredelten Blöcke nehmen. für ein Drohnsaal in der Festung. Oder was auch immer ich damit mache, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Töpfe. Töpfe? Vielleicht mache ich auch Badewanne raus. Mal gucken. Oh, Badewanne. Ja. Eine Duschkabine. Eine edle Duschkabine von Ikea. Nee, na hier so ne, so ne, so ne, so ne, Dings, so ein Bad halt. So für mehrere Peoples. Einen Pornogarten. Du denkst ja, wird er gleich ganz abstrakt. Bé vor allem. Pornogarten. Ich habe übrigens gesehen, es gibt auch eine andere Begleiter. Ich habe jetzt im Offscreen eine Maus gefunden. Eine Rockermaus ist das. Also so eine Rockermaus. Naja, eine Rockerratte. Mehr oder weniger. Heißt die auch direkt. Die hat so grau-lilanes Fell. Neuens, wo ist es schöner als zu Hause. Ach, schön, dass du auch mal kommst. Ich bin schon eine ganze Weile auf die Gewalt. Echt? Ja, ne, ich habe mich verfahren. Im Portal, oder was? Ja. Die TARDIS hat sich verfahren. Ich nehme mal. Erst mal auf den Baum hauen. Ja, ich brauche noch ein bisschen Holz. Hättest du was gesagt? Hätte ich Holz mitgebracht. So unterwegs, oder was? Vom Baumarkt? Ja. Von der Tanker. Da pass mal auf. Wenn du jetzt nämlich hinten bei Tränken guckst, kannst du mit Wasser die Wasserbombe herstellen. Mache das mal bitte. In Vorbereitung auf die nächste Folge. Weil dann geht es hier rund. Wo kann ich das bauen? Ja. Ne, nicht ob, sondern wo? Achso, am, am, hier am Waldläuferstisch. Den habe ich da oben an eine Treppe geknallt. Wasserbombe. Brauchst du nur vier Wasserfühle? Vielleicht mach mal ein paar. Juh, das geht. Das war's schon? Fertig. Sind nicht so viele geworden. Nur 44. Oh, das geht. Dafür habe ich mir ein ganzes Wasser aufgebraucht. Das geht von Anfang. Wir werden noch mehr Wasser brauchen, sag ich dir jetzt schon. Da musst du ein paar Pilze krabbeln. Ja, viele Pilze. Es gibt auch direkt eine Pilzwelt. Da gibt es große Pilze. Da kriegst du pro Pilz manchmal so vier bis fünf Wasser raus. Also da kannst du schon ordentlich Wasser farmen. So. Okay. Dann würde ich sagen. Geste packen. Warte, ich habe ja noch Setzlinge, die ich wegpacken will. Ich will so viel wie möglich Platz haben. damit wir so richtig viel Blut abkrabbeln können. Ah, hier sind die fertigen Dinger. Ich brauche auch, wenn ich das jetzt so sehe. Hab ich eigentlich hier normale Steine hinbekommen? Ja, ne? Das sind normale Steinblöcke hier. Das ist schon mal gut. Wo waren meine Blöcke? Hier. Da kann ich gleich die von dir noch mitnehmen. Und hier. Was bin ich denn hier? Ich habe die Seide. Und die Schmeider. Wo mache ich denn mit der Seide? Wo soll ich die reinpacken? Ich weiß erst mal irgendwo rein. Ja, ich habe das Postle schon gefunden. Ich habe noch vier Pilzsporen. Will ich noch wegwerfen. Okay, okay, okay. Oh, hier ist auch der Drilling bei der Drilling. So, ich habe jetzt den... Das ist mein Er? Ne, den hast du mir doch gebaut. Ja, ist richtig. Was hat es denn da noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Oh. Oh, das war's schwer. Das wollte ich wahr nicht. So, sind wir fertig? Ich bin fucking ready. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Event machen wir in der nächsten Folge wieder eine kleine Baufolge. Also nicht Baum, sondern Bau und ich habe schon wieder vergessen, wo die Aufwärter sind. Traurig. Wieso bist du traurig? Wollen wir schon wieder gehen müssen? Ja, weil es schon wieder fast vorbei ist. Oh. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Ausbauen unserer kleinen Festung mit Badewannspaß und Kokoki. Ich bin der Escher Karl, mit dabei der Lompi. Haut rein. Bis denn. Tschüss.